Hallo zusammen, ich bin Luana. Ich bin Nummer 15 und spiele bei Basler Regio. Hallo zusammen, mein Name ist Sarai. Sarai ist Döckli, ich bin 13 von Basler Regio. Hallo zusammen, eure erste Frage. Das habe ich immer in meiner Tasche. Haarbürste. Nastierchen. Diese Person wird Strophenkönig dieser Saison. Die, die vor uns stehen. Flo oder ich oder Zara. Das würde ich am Uni-Hockey ändern. Das ist eine schwierige Frage. Dann gehen wir weiter. Was uns als Team super macht? Unsere Vielfalt, also junge ältere Spielerinnen, geile Stimmung. Unsere Ehrgeiz und Motivation. Und die letzte Frage. Darum sollen alle am Sonntag am 3 Uhr in Zamtgruben Unerkei Basler Regio gegen Uri schauen. Wollen wir dort spielen? Weil wir einen riesen Aufwand haben. Wir wollen uns voll Gas anstrengen im Sommertraining. Und wir sind voll motiviert, endlich zu zeigen, was wir können. Wir brauchen eure Unterstützung. Super, danke vielmals. Teigen. Hangel, Deine. Vielen Dank.